Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gewunderwald in der FlexQ. Heute haben wir mal ein sehr interessantes Matchup. Und zwar haben wir Poppy auf der Botlane, mich im Jungle auf Shogart und auf der Toplane einen Maokai. Wir sind sehr gespannt, wie es laufen wird. Ja, allerdings. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr tanky unterwegs. Und ja, mal gucken. Also, die Poppy wollte eigentlich ein Twitch spielen. Deswegen dachten wir, wir bauen eine schöne Frontline zusammen. Aber ne, dann hat sie noch auf Poppy geswitcht. Das war eine pure Frontline. Ja. Ey, wie gut, dass ich nicht Galio genommen habe, ne? Ja. Aber ja, mal schauen, wie es läuft. Also, wie gesagt, wenn wir erstmal ins Late Game kommen und nicht zu weit behind fallen, dann sollten wir hier eigentlich quasi überlaufen können. Eigentlich ja. Wir dürfen nur nicht reinziehen. Ja. Ich bin mal gespannt, wann die Camps spawnen. Ab einer Minute? Oh, Alter, gib mir die einen Push. Das wäre natürlich... Ne. Warum ist noch keiner? Vielleicht invaden die? Keine Ahnung. Also, Gavin ist auf jeden Fall schon mal Bot. Gut, dann bin ich gegen Asien. Auch gut. Joa. Du kriegst ja eh. Kriegst du noch diese MR? Ne. Das war Garnium, meinst du? Irgendwer, aber ich glaube ich nicht, ne. Hier oben fehlt auf jeden Fall. Hm. Okay. Der hat noch Barrier dabei, ne? Joa, mal schauen, ne. Würde ich mal so behaupten, wie es läuft. Letzteren lief ja echt super. Oh, okay. Xen kommt hoch. Ja. Oh, was gerade irgendwie leicht am Lecken, kann das sein? Hm, möglich, ja. Noxen ist top. Ich glaube, Asiens aufgabe. So, ich gehe mal... So, ich den Xen... Ne, brauche ich nicht. Oh, ich war doch exekutiert. Gott sei Dank. Hopp. Weck, weg. Sehen wir schon wieder ab? Da saß ich ja. Okay. So ab. Oh, mein Gott. Da habe ich einen Schuss zu viel getankt. Kreuz ist ab. Oh, das Kreuz. Ja, wenigstens haben wir First Bad getricket. Ja, ich wurde nur exekutiert. Dann ist ja alles gut. Ja. Ich nehme mal den Altar fix ein. Ja, also der Xen scheint wirklich... der Asier scheint AFK gewesen zu sein. Ne, ne, der AFK gewesen, ja. Ja. Ja, leider. Naja, sonst wird es ja auch langweilig. Oh, jetzt haben sie es wieder rausgeholt. Schade. Oh, schade. Na gut. Na ja, mal gucken, wie es läuft. Wie gesagt, ist Preseason vollkommen wumms. Angebruar, Asie, du gehst mir auf den Keks mit deinen Soldaten. Lalalalalalalala. Läuft es gegen Asie? Naja, ich farme halt. Ja. Wie gesagt, bist ja tanky. Ich bin halt auch am überlegen, ob ich ein bisschen MR, äh, ein bisschen Schaden baue, aber ich glaube, das ist klar nicht mal so verkehrt. So. Starb der Zeitalter oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Ja, und was gibt es sonst neues, Chris, bei dir? Ja, aber ich versuche mir gerade den Garten zu konzentrieren. Der geht mir auf den Keks. Ja. Ansonsten. Ja, okay, lol. Das hat er jetzt echt gefällt. Ja, sonst wäre er gestorben. Willst du das Kreuz haben? Ja, irgendwie gleich, Moment. Und, komme. Oh, na, sie kommt, scheiße. Ja, das war jetzt nicht so gut. Boah, ich komme. Oh, lauf. Lauf, Mauke, lauf. 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 Okay, danke, ich bin raus. Jo. Ja, gut. Good job. Vor allen Dingen haben die noch gar nicht den Tower, äh, den, den, hier, den. Ja, den Inip, äh, Alter, Alter. Alter, genau, Alter. Alter. So, ich habe die Game-Impressive auf mir auch gut. Ja. Hä? Wieso hast du, ach so, weil du, weil du nicht einmal gestorben bist, vermutlich. Wenn man gleich einen Kill hat, weiß ich nicht. Naja, aber Poppy hat ja auch einen Kill, aber ich glaube, weil du bessere Stats hast, ist das doch, das ist doch irgendwie so geregelt, ne? Ja, ja, möglich, irgendwie so. Boah, Alter, der ist auch fast tot, ey. Soll ich mal direkt wieder Asie ganken kommen? Damit er mir auch was flasht. Ja, dann kann der ja nicht mehr flashen. Ja, irgendwie nicht, aber, ups, ich habe mich fast geht. Naja. Na gut, jetzt bist du gepusht. Hier ist auch, oh, ich nehme mal hier den, ich nehme ja hier Farm. Ah, sie hat kassiert. Ich bin Level 6. Na, ich habe mich leider fast geht, ich habe meine Ulti leider nicht, das geht. Ah, fuck. Ah, ich habe die Barrier vergessen, scheiße. Ah, ich habe hier in Asie. Ja, ich komme. Oh, gut, der ist tot. Oh, gut, der ist tot. Lol. Kreuz, kreuz es ab. Ja, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Ja, ich habe, ich wollte gerade den Dings fressen und da hat er halt die Barrier gezündet, das war halt ein sehr, sehr doof von mir. Naja. Aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass sie schon wieder ab ist, ey. Gehen wir mal weg. G'shin und spot. Gehen wir mal hin. Okay. Doch, jetzt habe ich Ult. So, na, dann fahren wir noch eine Runde. Ich habe immer noch nicht den Altar eingenommen, ey. Was ist denn das? Ja, das sind doch. Jetzt haben sie eingenommen. Ja, der Asie hat das eingenommen. Ja. Oh, ich bin gleich Level. Ne, warte, bin ich halt schon Level 6. Aber ich kann jetzt fressen. Schon mal gut. Was macht das Ding? Schau, ne? Asie ist schon fast wieder tot. Oh, ist doch gut. Da kommt ein Xen, das macht der Elzieher. Ich komme auch mal top. Na, du kannst jetzt einfach Ult. Ich habe mir jetzt hier gekizt, oder? Ich habe meine Ult leider schon verballert, aber ich kriege ihn trotzdem. Oh nein, er sieht dich. Ah, hatte ich gesehen. Okay, ist tot. Stumpf ist Trumpf, ne? Ja, ganz ehrlich, mit so wenig Leben geht man noch nicht den Buschreis checken. Ja, naja, gut, er hat den Busch ja nicht gefacecheckt. Er ist ja davor stehen geblieben, ne? Ja, dann war er halt tot. Ja, so, ich nehme mal Boots mit. So, ich habe jetzt auch schon mal geistessichtigen Asie, da kann mir schon mal nichts mehr. Ja, 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 ja. Ich bin, ich nehme mir auch noch mal ein bisschen MR mit. Oder warte mal, ne, kommt scheiß drauf. Ich gehe direkt hier auf. So. So, ich kreuze es ab. Ich finde es top. Ja, alles gut. Ich werde jetzt erst mal ein bisschen farmen. Auch gut, der macht mir keinen Schaden mehr. Ja, du bist jetzt auch schon dezent gefiedert, ne? Der ist ein Scheiß. Bitte? Macht er denn da für einen Scheiß. Wieso, was hat er denn vor? Ist der reudig? Und hopp. Ja, der, der, der schickt seine Soldaten immer kreuz und quer irgendwie. Na, fuck. Hä? Cool ist, dass ich über die Wand werfen kann. Quinn? Oh ja, klar. Ist es da gewesen? Nein, komm aber andersrum. Nein, 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 alles gut, alles gut. Poppy soll nur back. Oh, er hat gerade meinen Depping getroffen. So, nehmen wir mal die Wave mit. Hier fehlt. Auf jeden Fall hier. Ja. Oh, okay. Das hat nicht gereicht, scheiße. Oh, pass auf, ich komme. Oh, aber bin safe. Ich will langsam mal, ey, ich brauche noch 250 Gold oder so. Kreuz wäre ab. Ja, oh, nicht mehr. Mach mal einer. Ja, ja, mach das, mach das. Und dann gehen wir hinten hinter den Dings einfach, würde ich vorschlagen. Ja, hinter Asia kommen. Das heißt, hier. Oh, der Xen hat mich gesehen, aber ich komme. Hier oben lang. Jo. Oh, fuck. Ich habe mich nicht gefressen, ich Depp. Ah, guck mal. Also, halt. Oh, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, noch ist alles safe. Wir haben zwei Kits gekriegt. Erstaunlicherweise, ja. So, wir werden wir nicht kriegen. Nee, nee. Boah, Alter. Ja, komm, lass uns nicht deifen. Geh mal zurück einkaufen. Jo, mach das. Ich habe drei Kits. Ja, ist doch super. Heilige Scheiße. Ja, Asia gibt kein Gold mehr, glaube ich. Nee, das geht nur wie Null. Asia ist aber auch ein schwerer Champ, das darf man halt auch nicht vergessen. Ist ja, ist ja auf jeden Fall, aber... Ja gut, ich meine, das ist Flex-Cue, wie gesagt. Da kann man sowas probieren. Hast du ja gesehen, was wir letztes Mal in der Flex-Cue für komische... Ja gut, hier gibt es ja nichts anderes außer... Ja, stimmt schon, stimmt schon, ja. Ja, aber hast ja gesehen gehabt, was wir in der Flex-Cue da letztes Mal für komische Team-Kombos da hatten. Boah, dass ich den Asia gerade nicht... Dass ich den nicht erst noch auto-attackt und dann gefressen habe. Das ist das... Der Spot dann jetzt, na gut. Ja, 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 ich muss da gleich treffen. Solltest wechseln, ne? Ja, machen wir auch gleich. Guck, dann machen wir das mal. Hallo, Arz hier. Zappling? Äh, Kreuz? Ja, hol ich mir gleich. Ja, nach dem Weg. Vorsichtig, na, oh leu. Und Xim kommt, Xim kommt, Achtung. Wo, 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 von wo? Ja, ich komme, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, obwohl... Poppy moved nicht. Guck mal, so ist doch viel einfacher. Flash ist raus. Leck mich. Na, komm. Ah. Okay. Genau, ich kriegte halt Geld gegeben. Ja, friss. Gut. Läuft, nur ich sacke. Aber gut, ich geh jetzt mal einkaufen. So. Jetzt würde ich fast sagen, bisschen Rüstung schadet nicht, wa? Oh, ne, erstmal Boots vielleicht. Boots und etwas Rüstung. So. Hm, 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 hm. Oh, 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 shit. Na, schade. Naja, passiert. Ja, gut, du hast noch keine Rüstung, ne? Ja. Jetzt aber. Jetzt aber. Oh, schön. So, gut, okay. Na, lol, okay, sie kommt weg. Gut, ciao. Ah, die Poppy kann Hypix spielen, ne? Ja, die kann echt gut spielen, ne? Ja, das läuft. Äh, Top-Lane? Ja, ja, ja. Na gut, der ist weg. Ja, nein, der Tower nicht, aber. Nein, nein, der, äh, der Knispel. Äh, die Box. Mach das. Äh, Poppy, die Box. Hallo? Hm, interessiert sie herzlich wenig anscheinend. Na gut. Äh, das Top-Lane ist noch ne Wave, ne? Ja, irgendwie will sie nicht. Ja, dann lass sie doch. Oh, gut, dann töten wir nur jetzt halt. Boah, ich brauch ja gar nichts machen, ey. Schnee bisschen Altar, eine, mach ich hier bewegings was sinnvolles gemacht. Ja, ist doch easy, oder nicht? Ja, das ist erstaunlich einfach. Hier, hier, Garen. Ja, bin auch weg. Ja, dann lass ihn jetzt mal holen. Jo. Na gut, aber den werden wir nicht kriegen. Nee, nee, kriegen wir auch nicht raus, raus, raus. Wir brauchen den nicht tanken. Kommt die Poppy weg? Ja, die ist voll läuft. So, was sagen die Stacks? Monster. Ein Monster kann ich noch und dann kann ich mir meine Ulti für Champions aufheben. Hier fehlt, okay. Oh, ich glaub ich tot. Nee. Aber, versuch ich, Hintervaren zu reifen. Pass auf, Garen. Ja, bis dahin noch Hintervaren weg. Ja, Ulti noch einfach. So. Ult, 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 Ult. Okay, hab ich. Alter, der ist schon echt tanky, ne? Ja. Schau, sag. Na. Oh. Oh, Mann. Dabei bin ich extra geflasht. Ich wollte unbedingt den Killer haben. Mann, Mann, Mann. Ja, was soll der machen? Oh, okay, na gut. Ich geh mal raus, weil der Taubuch ist und so. Ja, ich bin noch ein Fist. Oh, gut. Team Kompon ist erkrankt, ne? Das ist doch übelst im Boden. Immer zurück einkaufen. Ich glaube aber auch trotzdem. Hast du den Dings gesehen gehabt? Was? Ja, hier den Sünder. Okay. So, jetzt hab ich Rüstung. Noch kurz das Kreuz mit. Ja, Botlane. Noch mal kurz mein Jungle noch zu Ende. Ich kann doch nur fünf bekommen, ne? Eigene Fresse, ey. Was soll denn? Bla, bla, bla. Mal pushen wir mal in den Tower. Ne? Ich kann nur fünf bekommen, oder? Ne. Sechs. Okay. Das geht mehr? Oder ist das nur hier so? Interessant. Und, Tower ist gleich nicht. Dude. Alter, ich brauch halt nix machen. Das ist halt total lustig. Oh, okay. Herr, los. Und wenn wir uns in Garen jetzt. Macht mal, macht mal. Ich geh mal einkaufen in der Zeit. Oh, alles gut. Ich glaube, ich kauf mir Frozen Hard. Ja. Warum nicht? Ich geh top. Alter. Ich lauf halt wirklich nur. Ich lauf hier halt wirklich nur durch die Gegend und mach nix. So. Lalalala. Jo. Ist das dumm. Oh, die Poppy hat ja extrem guten Farben, wa? Ja, hat sie echt. Jo. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Geh mal, Toplan. Ja, hier war gerade ein Ding. Äh, ein. Wie heißt er? Ja, Gegner. Nee, nee, nee. Hier, der Asier. Achso. Ja, der ist auch da. Ich will nur mal kurz reinpushen. Ja, der ist auch da. Ja. Das ist auch da. Ja, das ist auch da. Ja, das ist auch da. Ich will nur mal kurz reinpushen. Ich weiß nicht, Gott! Tanks sind halt übelst geil, Alter! Jo, ja wenn ihr gewinnen wollt, ne? Seht ihr ja? Spielt Tanks! Einfach Full-Tank-Spielen! Full-Tank-Team! Also zumindest in Unerehnung, da ist echt gut zu klappen! Das ist ganz wichtig jetzt. Asien lost mal Promo. Das ist ein bisschen frorig, aber... Soll man dazu jetzt sagen? Ja! Oh wow, machst du Schaden? Nichts! Na gut, komm! Fock! Lol! Weggesmited! Ich sollte hier vielleicht mal weggehen. Oh ne, du bist ja auch noch da, na dann! Na, ich bin noch da, keine Frage. Poff! Wie die noch mit 20 Leben hier steht, ey! Hau ab! Achtung Papi! Ja, ja! Wir sind ja alle Deffen, Alter! Ja komm, lass weg! Ja, lass gehen! Hallo Papi! Nein! Weil Asi ist unten hier! Asi, Asi, Asi! Da steht ein 07, der Vogel, ey! Ist egal! Gib nen Stack! Lass ihn mir, dann krieg ich nen Stack! Ja, ich halte ihn für dich auf, warte! Brauchst du nicht! Kann ihn, glaub ich, so fressen! Ja gut, der kommt oben lang! Na gut, komm her! Hallo! Ja, dann wollt er mich on plane! Lass es mal zurückgehen! Dann geht's rein! Ja, okay! Hmm... Oh, Fosenhard! Hmm... Oh, ne, ich glaube, lieber das, ne! Die Stimmen sind die Geister der Welt! Zeigen, die wissen ja auch gar nicht, wen die fokussen sollen, das sind ja alles Tanks! Ja, ja, ja! Vor allem Full Tank, ne! Du und Poppy, ihr baut Schaden! Ja, Poppy hat nen Trinity! Oh, das war's! So, ich hab ja... Ich hab ja auch Stab der Zeit, Alter, so! Ich hab gar nichts! Ja, du hättest vielleicht auch Stab der Zeit, Alter, bauen können! Niemals! Full Tank! Ich nehm mal den Altar ein! Ganz oder gar nicht! Keine halben Sachen! Oh, leih! Okay! Nein! Ich hatte keinen Ulti! Ja, Mann! Boah, ich hab Power Up! Oh, los, mach den Power fertig! Okay! Jetzt hab ich Ult ab! Wow, Mächter! Feuer! Oh! Das ist so cool! Nom, 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 nom! So, jetzt hab ich wenigstens auch halbwegs gute Stats! Wieso? Na ja, gut! Okay, da steht 9-0! Ja! Okay, ja! Alter! 0-9-0! Boah! Ja! Ja, das ist der Grund, warum man Champion Flight Human Living Ranked ausprobieren sollte! Ja, die Poppy kriegt auf jeden Fall einen Daumen! Ja! Alter, 0-9-0! Oh, wir haben alle ein S bekommen! Ne, die Poppy hat kein S bekommen! 0-9-0! Ja, also ich glaube, das kann man wirklich schon sagen! Absolut! Ja! Wirklich, ey! Alter, Fede! Oh, Alter! Das war ja echt krank, ey! Oh, ich hab ein S bekommen! Cool! Oh, Alter! Guck dir mal an! Die Poppy hat echt gut Schaden gedrückt! Ja... Moment! Der Asi hat jetzt auch nicht so wenig Schaden, obwohl ja doch... Ach, ich hab mehr Schaden gemacht als du! Aha! Ja, aber ich meine, guck mal! Ich meine, die meiste Schaden waren 15.000, so! Aber das Spiel ging auch nicht so lange, ne? 20 Minuten, ne! Nö! Ich meine, der Asi hat ja erstaunlich viel Schaden gemacht! Ich hatte jetzt gedacht... Ich bin direkt schnell! Ich hatte jetzt gedacht, der hat extrem wenig, so 5.000, 6.000 oder so! Mhm, ja! Warte mal, wie viel hat denn der gehabt? Na gut! Hatte 6.000, aber halt so nur die Hälfte, vielleicht 3.000 oder so! Also, der war ja schließlich die ersten 10 Minuten AFK! Ne, ne! Doch, doch! Die ersten 5 Minuten, ne? Oder so? Keine Ahnung! So, naja gut! Auf jeden Fall war das eine neue Runde Drain 3 Ranked! Ich hoffe, ihr hattet auch an dieser Runde Spaß! Ja, war ein bisschen schneller und ein bisschen, naja... Was soll man sagen? Leichter Stomp! Ein ganz bisschen! Ja, aber die Team-Comp scheint echt nicht schlecht zu sein! Könnt ihr ja mal probieren, wenn ihr Lust und Laune habt! Dreiher Premade und Full Tank! Ja! Oh ja! Oh ja! Wobei, wenn jetzt überlegst du, hätte der Xyn oder der Garen, wäre vielleicht ein Trundle gewesen? Wäre das schon wieder ein bisschen problematischer, ne? Oder halt ein Twitch oder irgendwie... Ne, guck mal! Oder sowas, ne? Ja, das wäre schon möglich! Na gut, bis denn dann! Macht's gut, tschüss! Ciao! Ciao! Vielen Dank.